Jetzt ist der Puff auf dem Tisch. Da sind halt ein paar Lieferungen gekommen, sorry. Ich gebe mir das Beste. Unter anderem sind auch diese geilen Taschen gekommen. Und da haben wir jetzt im Laden folgende Aktion. Ihr bringt euch eure alten Stofftaschen und kommt dafür eine neue Fotokästchen über den Fotosack. Sehr gut, Pau und Ribke. Okay. Da zeigst du nicht die verkrügelte alte Tasche. Du hast gebraucht, wie verrückt. Du bist ja abgenuddelt, wie verrückt. Ich hoffe, du wirst sehr schäbig aus. Dann habe ich noch eine von Kouf. Sorry Ulrich, aber die Herzendienstung. Ja, also Ulrich, désolé. Sehr gut. So, jetzt bist du ausgestattet mit der neuesten Tasche. Was müssen die Leute machen? Vorbeikommen. Vorbeikommen? Alles klar. Und das Wort Fotosack sagen. Perfekt, danke vielmals. Bitte. 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 Bitte.